Polizeikommissarin Lisa Stein und ihr Kollege Michael Smollik müssen nun ein grausames Verbrechen an einer unschuldigen Jugendlichen verhindern. Aber man muss doch mal poetisch sein. Man kann ja nicht jemand nennen. Hört. Fahrt zum Zeiger und Turtle-Grenze, da ist eine Andrea Grebe, die meldet ihre Tochter als vermisst. Ja klar, gibt es eine Beschreibung von der Tochter? Beschreibung von der Tochter gibt es nicht, aber die Melderin ist vor Ort. Ja klar, wir fahren an. Der Einsatzort ist ein beliebtes Ausflugsziel im Duisburger Angerpark. Die Beamten bekommen die Information, dass die Vermisste dort mit Freunden eine Party gefeiert hat. Vor einer Stunde rief sie bei ihrer Mutter an und wollte abgeholt werden. Doch das Mädchen ist nicht aufgetaucht. Egon, für 1228, wir sind vor Ort, Mary, Jugendliche, wir klären die Lagen. Was ist denn, was willst du denn? Die war nicht gestanden. Hey, Polizei, hört mal auf. Aufhören. Meine Tochter Sophie, die hat... Hört auf damit, seid ihr bescheuert oder was? Wenn Jugendliche in einem alkoholisierten Zustand einen auslachen, muss man natürlich erstmal drüberstehen. Man ist als Polizeibeamter, muss man professionell handeln und es ging, wie gesagt, um die Sophie, die war vermisst. Und da kümmern wir uns erstmal nicht um die Jugendlichen, vor allem nicht, wenn sie uns irgendwie blöd anlabern oder anpöbeln. Runter jetzt! Oder ich komm hoch und hol euch! Meine Tochter Sophie hat mich angenommen. Ich will euch hoch und euch holen! Ich war ganz schlecht und hat mich gebeten, die abzuholen, aber die ist mir irgendwo. Ich weiß nicht, was mit dem... Sie haben uns angerufen, richtig? Ich hab sie angerufen. Sie sind die Frau? Ja, Frau Weber. Alles gut, wir helfen. Alles gut. Und das sind die Freunde ihrer Tochter oder was? Ich weiß es nicht, ich kenn die nicht. Aber die Sophie hat gesagt, sie wäre hier mit ein paar Leuten und wir werden was trinken und... Okay, wann hat die Sophie denn angerufen? Alles gut. Für eine Stunde ungefähr, aber das ist gar nicht ihre Art. Ich bin sofort losgefahren und wir haben eigentlich ein gutes Verhältnis und sie hat mich ja angerufen. Rufen Sie die doch mal an. Als wir eingetroffen sind, war die Mutter von Sophie sehr aufgebracht und ängstlich. Das kann man natürlich nachvollziehen, auch wenn man selber keine Kinder hat, kann man sich nicht forschen, dass man sich große Angst um sein Kind macht. Die angetrunkenen Jugendlichen sind vermutlich die Partyfreunde der Vermissten. Jetzt erstmal ruhig hier. Habt ihr irgendwas mitbekommen von irgendeinem Mädel, was verschwunden ist? Sophie, Sophie. Ach, hier waren Sophie. Ich hab auch noch ein Foto hier. Zeig mal ein Foto. Ja, die, die, ja klar. Wo ist die denn? Die ist mit irgendeinem Kollegen von hier, Niklas, da irgendwo hingelaufen. Keine Ahnung, ich kannte den selber nicht. Niklas! Kennst du den Niklas? Niklas, was war der, der da sitzt? Der. Der mutmaßliche Zeuge ist von der Feier schwer angeschlagen. Die Polizisten müssen ihn daher geschickt befragen, um irgendetwas aus ihm herauszukriegen. Komm mal her. Komm mal her raus. So, Niklas, kannst du noch hoffen? Niklas, kennst du eine Sophie? Ja. Ja? War die auf dieser Party hier? Ja. Was ist mit der passiert? Sag das bitte! War die auf der Party hier? Ja. Ja. Weißt du, wo die hin ist? Mit wem die weg ist? Irgendwas gesehen? Wo die hin, die verschwunden ist? Vor circa einer Stunde? Weißt du irgendwas? Die ist doch hier mit seinen Kollegen abgehauen, Alter. Mario, Mario. Wie heißt der? Der aus seiner Mannschaft da. Mario? Hallo? Mario. Habt ihr eine Nummer von dem Mario? Habt ihr irgendeine Telefonnummer von dem Mario? Ja. Bierpolle her. Gib mir die Bierpolle her. Kannst du den vielleicht anrufen? Ja, warte. Wir haben diesen Niklas eben angetroffen. Der war in einem sehr alkoholisierten Zustand. Das war der Freund von dem, der mit der Sophie weggegangen ist. Der die Sophie weggebracht hat. Und der hat dann versucht, den anzurufen. Der ist nicht reingegangen. Dann haben wir aber über Instagram erfahren, dass die sich in dieser Umgebung befinden müssen. Das ist doch hier. Das ist doch hier. Warte mal kurz. Wann hat das denn reingestellt? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das müsste da sein. Wann ist das denn reingestellt worden? Das müsste da hinten sein. So sechs Minuten. Okay. Also auf diesem Bild hat man gesehen, dass die Sophie einen sehr beschämenden Eindruck gemacht hat. Sie wollte nicht erkannt werden. Sie hat die Hand vors Gesicht gehalten. Sie hatte nicht den Eindruck, dass sie da drauf sein wollte. Und der junge Mann hat eben damit geprahlt schon fast, dass er mit der Sophie jetzt eben da sitzt und hat dann auch irgendwie einen Kommentar geschrieben. Jetzt wird die Alte lang gemacht. Also es hatte nicht den Eindruck, dass die Sophie das wollte. Alles gut. Wir gucken jetzt einmal. Sie warten hier. Okay? Okay. Wir kümmern uns um ihre Tochter. Wir gehen jetzt hinschauen, ob es dir gut geht. Lustig ist das nicht, ne? Das ist nicht lustig. Verstanden. Und das räumt ihr auf. Du kannst jetzt schon mal anfangen, die ganzen Glasstaschen einzusammeln. Ja. Das räumt ihr alles auf. Sophie. 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 Hallo, bist du hier? Da stehen welche. Stopp! Polizei! Aufhören! Stehenbleiben! 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 Keine Bewegung! Hey! 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 Bleib mit den Füßen runter! Stehenbleiben! Keine Bewegung! Hey, was macht mit euch? Keine Bewegung! Auf dem Weg nach unten haben wir eben die zwei Jugendlichen festgestellt. Einer hat ein Handy in der Hand gehabt, hat gefilmt. Die Sophie war da. Und dann noch diese andere Jugendliche, die Sophie gepackt hatte. Und dann haben wir eben die zwei Jugendlichen erstmal in Gewahrsam genommen. In letzter Sekunde konnten die Beamten einen sexuellen Missbrauch abwenden. Einer der beiden Männer wollte sich gerade an dem Mädchen vergreifen. Der andere die Tat mit dem Handy filmen. Oh Gott, was ist das hier, Sophie? Die wollen mich vergewaltigen! Sophie! Du wolltest das doch! Wie? Der hat das gefilmt! Der wollte mich vergewaltigen! Was? Sophie hat das gefilmt? Du wolltest das! Sophie! Okay, Lisa! Ich durchsuch sie jetzt mal hier! Ja! Mal runter! Du auch! Sophie, bitte sag mal mal, was passiert ist! Wir sind da, wir helfen dir! Das kommt der Kreis noch an! Wir wissen nicht, was passiert ist! Wir sind gerade hingekommen und wir haben es nicht gesehen! Also, was ist passiert? Wir waren nur da oben und wir haben gefeiert! Ja! Und dann hat der mir was ins Getränk getan! Und dann hat die mich mitgenommen! Der hat das gefilmt! Hast du was freiwillig getrunken? Nein, ich wusste nicht, dass da was drin ist! Das würde sie nicht machen! Wie fühlst du dich jetzt? Mir ist schwindelig und ich zitter! Ja, wir rufen gleich einmal einen Rettungswagen für dich! Also, ich persönlich kann nur jeder Frau den Tipp geben, wenn man sich ein Glas, egal ob das in einer Disco oder sonst wo holt, entweder am besten eine Flasche und dann die Hand drüber oder auch auf das Glas die Hand drüber halten, dass da keiner was reinschütten kann und das Glas nie in fremde Hände oder irgendwo stehen lassen, auch nicht zur Freundin sagen, die dann vielleicht selber betrunken ist, kannst du das mal für mich halten? Der Täter hat immer eine Möglichkeit, da was reinzutun, niemals auf andere Leute verlassen! Bei der Durchsuchung der jungen Männer entdecken die Kommissare nur bei einem der beiden ein Handy. Doch darauf gibt es kein Video, das die versuchte Vergewaltigung zeigt. Der andere Täter stellt sich unwissend. So, wo ist dein Handy? Das ist dein Handy. Wo ist dein Handy? Sie hat gerade gesagt, du hast sie gefilmt, ich hab dich gefragt, wo dein Handy ist. Ach, ganz mal! Der in dem Grauen hat das gefilmt! Der muss das Handy dabei haben! Ich frag dich jetzt zum letzten Mal, wo dein Handy ist! Das wird Konsequenzen haben! Das wird Konsequenzen haben! Das schwör ich dir, mein Schatz! Moment! Er hat doch bestimmt die Nummer von ihm drauf, oder? Dieser Lars hat ja behauptet, dass er kein Handy dabei hat. Und da hab ich das Handy von Mario genommen. Und er hat mir schon gedacht, dass der eben die Nummer von dem Lars drin haben muss. Der stand doch gerade irgendwo noch hier vorne! Das klingelt doch da hinten! Da klingelt nix! Aha! Das klingelt nix! Das klingelt doch da! Hey! Lalalala! So, Jungs, ich sag euch mal was! Der Spaß ist jetzt vorbei! Es ist nicht mehr lustig! Jungs, wir haben hier Betäubungsmittel gefunden! Was der jungen Dame anscheinend ins Getränk gemischt worden ist! Hier! Wir müssen noch prüfen, was das für ein Betäubungsmittel ist! Das sieht mir sehr nach Kokain oder Speed aus! Kann ich jetzt natürlich noch nicht so sagen! Und das ist anscheinend ein Handy von ihm! Ist da was drauf? Ja, Mann! Wie geil, Mann! Die Klingeln! Ich bin nach Hause! Kommst du jetzt mit, Alter? Hey! Komm her, Tika! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Tika, komm, was du ausmachen! Ja, also wir haben den Verdacht, dass sie ein Sexualdelikt vorlegen könnte. Zumindest ein Versuch. Ein Versuch wird gleich verstraft wie eine vollendete Tat. Das Handy wird sichergestellt als Beweismittel. Die Jungs sind vorläufig festgenommen, die kommen mit zur Wache. Wir werden den Opferschutz anrufen und dann werden wir mal gucken. Das Handy ist sichergestellt, Jungs. Das ist ein Beweismittel. Ihr müsst euch jetzt nicht mehr dazu äußern. Ihr müsst euch nicht selber belasten. Ihr könnt euch einen Rechtsanwalt nehmen. Ihr kommt eh mit auf die Wache. Wir machen einen Bluttest, um zu gucken, was ihr im Blut habt. Bevor ihr den Mist erzählt, solltet ihr vielleicht gar nichts mehr sagen. Es ist auch nicht mehr lustig und fass euch auch nicht mit Sandhubtun an. Ist vorbei jetzt hier, okay? Alles klar. Ihr kommt jetzt mit. Noch kurz eine Käppi von hinten. Werd nicht frech jetzt noch. Das Delikt ist kein Zuckerschlecken, ja? Haben wir auch nicht gesagt, dass wir mit Zocker spielen. Du bist ein ganz cooler, ne? Ja, du bist ein ganz cooler. Dankeschön. Alles klar. Einmal hoch. Oh, dann ist es so wild, ey. Oh mein Gott. Kann ich mir mal mit meiner Hose zumachen? Nein. Ist auch gerade auch cool, ohne offen gewesen, oder? Ja, was ja so viel widerfahren ist, was passiert leider nicht selten, es werden immer mehr Frauen Opfer von Sexualdelikten oder sexuellen Übergriffen. Ich kann ja nur jeder ans Herz legen, sich der Polizei zu melden, sich jemandem anzuvertrauen, frühestmöglich zum Arzt zu gehen. Und es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, beim Arzt anonyme Spuren zu hinterlassen, heißt ohne seine Personalien. Dann bekommt man eine Nummer, auf die kann man später zurückgreifen, wenn man sich dann doch eine Anzeige erstatten will. Und da sollten die Frauen einfach mutig sein und den Schritt gehen. Wegen sexueller Nötigung werden die Täter vor Gericht kommen. Ihr Opfer kann sich körperlich und seelisch vollständig erholen.